Hi, ich bin der Phil, also Phil Manuel Hase, und ich arbeite hauptberuflich als Hase. Saisonalbedingt meist an Ostern, wobei ich eigentlich ja eine Ausbildung habe als Kfz-Mechaniker. Das wissen die wenigsten. Hab dann aber eine Umschulung gemacht und bin jetzt also zertifizierter Hase. Das ist ganz wichtig, da müssen Sie immer drauf achten, nicht, dass Sie an einen falschen Hasen geraten. Falls jetzt noch kurzfristig Interesse an einer Buchung bestünde, können Sie sich gerne an meine Agentur wenden. Mein Timetable ist schon recht voll, aber so ein paar Last-Minute-Eier kriege ich immer noch dazwischen gequetscht. Ansonsten, es muss ja auch nicht immer Ostern sein. Ich könnte mir durchaus einen Pfingsthasen vorstellen oder einen Halloween-Hasen. Hochzeitshase, Taufhase, Nikolaushase, mache ich alles. Hamster kann ich nicht. Wenn Sie jetzt einen Pfingsthamster bevorzugen zum Beispiel, also da müsste ich passen. .